Liebe VfL-Fans, wir haben den vierten Advent und es sind noch vier Tage bis Heiligabend. Ich freue mich schon enorm, dass ich Heiligabend mit meiner Familie verbringen kann, mit Mamas leckerem Essen, einen schönen Gans oder Pute, schön dick gefüllt mit Kartoffelpüree, Rotkohl und Breisselbeeren. Das ist immer das, was wir immer zu Weihnachten bekommen. Und ja, da freue ich mich tierisch drauf. Ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten, besinnliche Tage und ich hoffe, ihr startet ins Neujahr mit eurer Familie. Alles Gute!